jo leute was geht ab herzlich willkommen zu meinem blog ich bin heute bei der baller league ich werde euch heute ein bisschen mitnehmen soweit es geht natürlich und bleibt gespannt bis gleich was geht bei chris kramer sieben genau alles klar danke dir ja ja let's go wir haben gerade unseren spieler pass abgeholt mit der nummer sieben und jetzt gehen wir natürlich rein so sind jetzt in unserer kabine das der ehren der süße wir chillen jetzt noch ein bisschen haben noch ein bisschen zeit und dann dann geht's los oder heute kickboxen was sagst du dazu freust dich stark leon super einheit eros heute kickboxen mit meister miyagi unser torschütze heute kickboxen da ist er die maschine heute alles auf cam bist du nervös und jetzt video game und 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 dann und Ich bin mal hier. Na Digga, war Stress geben jetzt Papa, ne? Was ist los, ne? Mach dem mal ein paar Ansagen. Sessel? Ja. Der hat gestern deine Freundin angeschrieben. Meine Freundin? Ja. Und jetzt zeig mal wie du durch die Löhrstraße laufen würdest. Zeig mal, zeig mal. Ja, zeig mal. Machst du halt mit? Gar nicht. Stark Junge. So, ich bin grad auf dem Weg zum Training. Korsch hat heute geschrieben, dass Wiegen heute ansteht. Ich bin mal gespannt, ob dein oder andere ein paar Kilos dazugelegt hat. Schauen wir mal. Guten Tag. Da ist Ralf, die Maschine. Das ist der beste Mann. Was geht? Alles klar? Boah, Sessel Wolf, was geht, ja? Du gehst echt stark aus. Zeig mal her, du. In der Kürze. Zeig mal, wie du durch Löhrstraße laufen würdest. Zeig mal, zeig mal. Ja, zeig mal. Aber letztes Mal, ich hab fast einen kleinen Zeh geboren. Aber mach lang, aber zeig mal kurz. Du musst deine Luft drehen hier am Boden. Boah, stark. Boah, Faser. Boah, ich hab den. Da hast du noch Angst going. Boah, der Kürze. Ja, das ist jetzt. Boah, der Kürze. Aber dann gibt's ja noch die Mission. Ja, die ist ja immer noch. Ja, ja, ja. Ja, ich mach einfach wie die Frisur. Was macht miramos was, was? Nein, nein, nein. Ich böse, die muss noch einen Steinladen. Ich bin jetzt noch ein Blöder. Ich muss nach dem Stande gewünnt. Zeig mal. Deshalb hast du Krampf bekommen. Ja, mehr. Bist echt lecker. Garbon auch. Fliegt leicht. Was sagst du, Buddy? Was soll man sagen? Was soll man sagen, ne? Am Ende fragen wir sich immer, woran hat's die Lehe? Sag mal, Gietzen. Sag mal, Gietzen. Ich mach es nicht an. Ich hab viel zu sagen. Ich hab viel zu sagen. Dreh mal um, dreh mal um. Ey Jungs, mach mal Applaus für Reif. Stark, wa? Komm her. Komm her. So, unser Model macht sich bereit. Wir gehen jetzt raus am Training. Freut mich nicht. Bis. Ja, ist gut, aber es ist ein bisschen kalt, ja? Ja, stark, stark. Bis gut. Ciao, bis später. Bis Familie. Mmh. Mmmh, ja, ja, ja. Das ist eins von sich und das ist mich richtig. Da geht es nicht auf, noch auf jeden Fall. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.